Aber keine Ehrenvollerin! Hey! Aus dem Bett, dann! Da hinten! Wir schießen rote Gäste an. Alle Hauslehrer, da hoch, Mann! Wer hat geschrien? Ja, das habe ich letztes Spiel gesehen! Feuer! Das ist auch keine Langeweile, oder? Nö! Heute Abend drückenslafen! Ja! Doch, wo? Links! 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 Und wir müssen die ganze Geschichte 40 Minuten halten! Also, ihr könnt euch jetzt gerne aufteilen! Los! Freie Platzwahl! Warum denn nicht? Ich könnte gerne in die Farage da rüber! Kommt ihr da mit? Ja! Dann hab ich den Abfuhr ins Büro! Manni! Ja! Aber wie viel kann! Also, wir können hier sogar schon! Hallo! Hallo! Snipern! Wir können es im Prinzip abdecken hier mit unseren Beinen! Schöner! 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 Ich krieg noch mal ein Pferd! Schöner! 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 Alter! Schöner! 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 Ja, noch eben! Eben noch! Ihr seid schlau! Wir sind auf! Das ist auch ein letztes Spiel. Freunden, wir haben wohl ein endes Spiel vor. Super geil, ey. So macht das Spaß. Born for President! Was war denn im letzten Spiel? Wir haben sich mit den Gelben wieder zerbündelt. Ja? Ja, und haben uns gebänkt und rausgekriegt. Ah, okay. Davon träumt ihr. Hallo! Hast du respawn? In der Blutbahn musst du respawnen wie ein Blutbahn. Ja, ja! Ja? Haben sie denn? Dass tut du los? Der läuft immer! Achtung! Hey Jungs, es gibt nur noch ein oder zwei Gelbe. Auf die Boden! Hey, da könnt ihr nur folgen, Jungs. Da könnt ihr nur folgen, einfach reinhalten. Hey, hey! Das ist dein Brot! Was ist denn mit dem Brot? Da unten! Das ist dein Brot! Das ist ein 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 Brot! Kalt! Au! Führt schon raus! Kalt! Kalt! Kalt!